Hallo und herzlich willkommen im Heimkinderraum Nürnberg. Mein Name ist Andreas Seidl und ich möchte euch heute unseren Heimkinderraum Superstore und sein Team vorstellen. Michael, Tobias und Philipp. Auf über 400 Quadratmetern zeigen wir euch Home-Entertainment-Lösungen, die euch begeistern werden. Aus den Bereichen HiFi, Heimkino und Multiroom. Technik muss nicht kompliziert sein. Wie schön Wohnzimmerheimkino sein kann und welche Komponenten man dazu braucht, zeigen wir euch hier in unserem Heimkinderbereich Living. Heimkinospaß auf Knopfdruck. Mein Name ist Philipp Fellner und wir sitzen hier im meistbesuchten Raum, unserem Beamer-Vergleich. Hier zeigen wir euch die angesagtesten Heimkino-Projektoren im Direktvergleich. Leinwandlösungen für jeden Anspruch und jeden Raum. Bezahlbare Surround-Sound-Lautsprecher, die begeistern. Mein Name ist Tobias Meier und dass die neueste Technologie nicht teuer sein muss, seht ihr hier bei uns im Einsteigerbereich. Ob LED, Laser oder Kurzdistanzbeamer, hier findet ihr alles, was das Heimkino hat. Mein Name ist Michael Moser und auch wenn hier dunkle Mächte am Werk sind, so dienen sie nur einem Zweck, euch das optimale Kinoerlebnis zu ermöglichen. Dies erreichen wir mit den aktuellsten 4K-Projektoren, ultimativen Kinosound mit Dolby Atmos und allem, was dazugehört. Hier gibt's was auf die Ohren. In unserem Lautsprecher-Vergleichsraum zeigen wir euch die angesagtesten Premium-Lautsprechermarken im Direktvergleich. Denn wir glauben, der Ton macht das halbe Bild. Wir haben für euch Platz gemacht, damit wir euren Traum vom eigenen Heimkino realisieren können. Heimkinoraum Nürnberg – immer einen Besuch wert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 € € Untertitelung des ZDF, 2020